Ich habe mich heute an dem Tag sehr gut gefühlt, auch wenn ich normalerweise vor Praktika oder so immer schlecht schlafen kann. Aber heute ging eigentlich, ich war nicht aufgeregt oder so, habe mich wohl gefühlt direkt. Die Kollegen, die sollen alle ganz in Ordnung sein und die Ausbilder, die sollen auch sehr gut sein. Also es sollen alles sehr nett sein. Ich bin SCC Schäfer aus diesem Grund, weil ich nur positive Sachen gehört habe. Deswegen habe ich mich für SCC Schäfer entschieden. Was mir auch besonders gefallen hat, dass die Firma alles zu selbst aufbaut. Als allererstes war ich beeindruckt von der Größe der Firma und auch mit der Vielfalt habe ich so in der absolut nicht gerechnet. So eine große Firma habe ich das erst mal nie gesehen. Und auch zu sehen, dass so riesige Maschinen von nur zwei Leuten bedient werden, ist auch ziemlich beeindruckend. Die neuen Maschinen in der Kunststoffabteilung, die haben mich schon sehr beeindruckt. Die ganze Technik in den Maschinen. Mein erster Eindruck war eigentlich ganz gut von der Firma. Natürlich, wer groß kann man sich schwer alles merken. Die Stimmung hat sich danach natürlich auch aufgelockert. Wir haben uns alle kennengelernt, die ganzen Azubis. LIEF Untertitelung des ZDF, 2020